so herzlich willkommen meine damen und herren zu einem weiteren part rocket league 2 2b2 ich habe den start jetzt so ganz dezent komplett verschlafen aber ich habe so gedacht ja ich habe ja noch zeit habe noch zeit und dann war anstoß auch ich habe ja noch zeit sind ja noch drei sekunden und dann habe ich irgendwie vergessen dass ich die aufnahme noch anmachen muss und ja mich auch gleich gucken ob die überhaupt noch läuft 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 perfekt ja 30 sekunden ich habe gerade eben drei minuten gelesen das ist ungut passt noch schade habe ich drinnen gesehen wie die da stehen das ist ja das waren zwei schüsse von mir da muss ich echt sagen die waren echt nicht schlecht selbst für meine verhältnisse die waren eigentlich sogar relativ zielgenau so einmal in die mitte schade gut das kann nicht alles so perfekt werden lol den hat er den hat er nicht und ich werde zerstört so den nehme ich erst nur dämon und dann in eigentor geil ach wie schön aber das war auch richtig schlecht vom äh natzl wie das heißen soll nückelz weil man fährt nicht so zum nos das macht man nicht das weiß man so dann hat er nochmal schön selber ausgetrippelt ach wie schön schade aber kann noch ein guter pass werden ja eher weniger wir holen es jetzt nicht das große nitro und hoffen dass es mit einem kleinen irgendwie safen können so einmal hoch ja dann macht halt nix ist auch okay für mich ich mache hier so einen schuss dann und ich denke mein kumpel macht dann aus dem ball auch noch was naja eher weniger der macht auch nix daraus ah schade so ihn halten wir auf auch wenn komplett unbeabsichtigt ich kriege halt nicht wirklich gute Schüsse da draus ah der war aber gut da hat er nicht ganz so verwandelt oder nicht ganz so erwischt aber ne das wird nix das ist fast ein fuck obwohl ne alles gut schade den hätte ich gerne genommen weil auf der anderen Seite halt er hätte sein teammate stand ah so ein schöner pass so ein schöner vor äh Schuss das war halt echt auf einmal da kann ich was draus machen ich habe nicht gedacht dass das so so hinter mir mitfährt ich wollte nämlich eigentlich hoch machen damit er nochmal reinbrotzen kann aber gut kriege ich da irgendwas hin ja kriege ich sehr schön I love play 1 vs 2 sehr sehr schön aber das dürfte schon gewesen sein jawoll dann würde ich sagen ich hoffe das Game hat euch gefallen das war ja mal richtig witzig und dann sehen wir uns beim nächsten Mal haut rein bis dann tschüssi und nicht vergessen lasst ne Bewertung da